Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich handele 60 Sekunden und mein Startrade beträgt 1000 US-Dollar. Zunächst suche ich meinen passenden Trade im MetaTrader 5. Nach meinen Einstiegskriterien, britisch Pfund, US-Dollar. Sieht ganz gut aus, hier steige ich ein. Heute findet natürlich kein Coaching statt, da wir einen wichtigen Feiertag haben. Anfänger sollten heute auch nicht traden, da die Kurse an Feiertagen oft unberechenbar sind. Wird knapp, aber gewonnen ist es nicht. Wer diesen Langzeit-Trade noch laufen hat, im Euro-Yen. Er ist jetzt aktuell bei 156.000. Herzlichen Glückwunsch für alle, die den Gewinn mitnehmen konnten. Bis zum nächsten Mal. Adios.